der drehmomentschlüssel das wichtigste werkzeug für ebike fahrer warum erfährst du in diesem video einsteigertipp nummer sieben ich bin frank von e mobility aber zuerst einmal drehmomentschlüssel das hatte ich doch schon mal das hat mir schon mal was am produktvideo das fand ich nicht so dolle über produkt zu erzählen bis auf diesen hier den natürlich den habe ich selber aber ich habe noch anderen erwähnt und das war nicht so meins also sorry dafür wir machen das ganze noch mal und zwar jetzt so ein ebike wiegt über 20 kg 25 kg die meisten 26 dann kommt noch das fahrergewicht in meinem fall etwas über 20 kg noch mal dazu und dann hast du auch eine höhere geschwindigkeit so wie bei rennradfahrer oder mountainbike fahrer die haben garantierten drehmomentschlüssel weil die wollen ja dass alles auch wirklich so hält wie es sein soll also sprich nicht die schraube überdreht sein nicht zu locker aber auch nicht zu fest also es muss seine kraft aufhalten beim auto ist ja genauso wichtige teile werden immer mit dem drehmomentschlüssel angesteckt und beim ebike solltest du das genauso machen man hat mal ruckzuck die stelle überdreht wo die sattelschlüssel festgehalten wird weil du wirst das öfter mal ein und aufstellen oder abbauen vielleicht brauchst du auch öfter mal einen neuen sattel oder einen anderen sattel probierst das aus ja das sind so die hauptgründe weswegen du diesen drehmomentschlüssel also nicht diesen aber einen drehmomentschlüssel haben solltest jetzt zeige ich dir mal wo denn überhaupt das drehmoment her bekommst ganz einfach von hier 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 oder hier auch hier hier und hier und es gibt sogar noch versteckte stellen die wendest du wenn du den motor zum beispiel ausbaust auch da ja und nichtsdestotrotz kannst du es natürlich ohne aufprobieren aber ich garantiere dir hast du die schraube schon mal eine schraube überdreht abgerissen weil hier hast du ja mehr kraft das ist oder wenn du ein großes werkstrasse und drehst du denkst du noch ein bisschen kann die mit dem drehmomentschlüssel nicht passieren von daher wirklich wichtig ist der drehmomentschlüssel dieser hier ist von 2 bis 14 14 15 newtonmeter das sollte reichen der hat 35 euro hier gekostet link packe ich tatsächlich da mal unten rein jetzt habe ich aber einen besseren gefunden den habe ich auch ein kollege von mir empfohlen der hat sich den auch gekauft der hat nämlich von 2 bis 20 newtonmeter also 5 newtonmeter mehr ich glaube unten am motor waren 17 newtonmeter die du bräuchte ist und du kriegst sogar noch werkzeug dazu verlängerungen und so weiter mit kasten auch für 35 euro über amazon auch den link pack ich doch mal rein da kannst du es sehen ich kann hier von den pro heißt der pro so und so kann ich nur empfehlen hat den vorteil du musst dieses jahr nach hinten ziehen dann kannst du das drehen also hier ein drehen hier mit so siehst du mal hier guckst du genau auf null lässt den los einmal halten jetzt ist eingerastet und jetzt drehst kannst du festhalten bis er knackt und dann aufhören und verdreht nichts das ist also hier fest nicht spreche die kann man nur so drehen und wenn man runterdrehen oder so bisschen hin und herdrehst verknackt ja das passiert ja bei diesen hier nicht bei den anderen übrigens auch nicht ja das weiterhin gibt es noch zu sagen zum drehmomentschlüssel dass du möglichst klein holst also der auch möglichst 2 newtonmeter hat weil es gibt tatsächlich welche wo du vier anfängst der ist auch noch okay aber du brauchst keinen der bei 15 newtonmeter also speziell für fahrräder oder oder motorräder gibt es halt solche sachen hast du noch fragen dazu dann schreibt es in meine kommentare aber ihr werdet demnächst auch e-autos von uns sehen und hast du auch erfahrungen die du mit mir oder mit uns teilen möchtest vor kamera hinter kamera sowie dies wird mit seinen wiese und müller ich verlinke das video hier mal oben das ist nämlich unser kanal unser motto jetzt wenn du lust hast schreib uns eine mail setzt sich mit uns in kontakt dann nehmen wir das auf ich würde sagen abonnieren kommentieren liken das ist für den youtube rhythmus sehr gut und dann für unseren kanal kostet dich nichts mich macht das froh bis dahin tschüss warte mal ich habe noch was vergessen und zwar solltest du den drehmomentschlüssel nach gebrauch immer wieder auf null stellen damit er sich entspannt und der nicht kaputt geht das nur nebenbei tschüss